Hallo, mein Name ist Christian Walter und nach meinem Studium der Wirtschaftsmathematik habe ich meine Leidenschaft des Tradings zum Beruf gemacht. Mittlerweile mit meinem Team von TradeVola betreuen wir nicht nur Interactive Broker, sondern auch Kunden von anderen Plattformen. Ich möchte Ihnen heute ein paar Dinge zum Interactive Broker Support mitteilen. Wir haben mittlerweile mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Plattform selber, können Sie nicht nur bei der Kontoeröffnung begleiten, sondern auch bei jeglichen technischen Fragen zur Trader Workstation selber, haben hierzu aber auch ein sehr vielfältiges Webinar und Schulungsprogramm, was Sie auch unter anderem auf YouTube finden und bieten aber auch individuelle Coachings und Videoschulungen an und persönlich natürlich auch per Mail und Telefon jeden Tag erreichbar, das nicht nur deutschsprachig, sondern auch Spanisch, Englisch und Arabisch.